Willkommen bei Homo Ludens, der Gameshow für spielfreudige Menschen. Seid ihr alle bereit und gespannt auf die erste Runde? Dann lasst die Spiele beginnen! Wir sind das Lied-Duo Lied Extended. Wir kommen aus der Hochschule für Musik in Dresden mit unserem Programm Homo Ludens. In dieser Konzertperformance werden wir uns damit auseinandersetzen. Was die Grenzen des Spielens sind, also was heißt es überhaupt zu spielen? Wenn wir Musik machen, spielen wir ja auch, aber diese Zweideutigkeit des Wortes, die hat uns schon von Anfang an interessiert. Das Konzert ist so aufgebaut wie eine Gameshow. Und das ist irgendwas, was die Leute schon mal kennen vom Fernseher oder von verschiedenen Kontexten. Denn jetzt wird es ernst! Und wir werden miteinander spielen, auch gegeneinander und dann auch ein bisschen mit dem Publikum. Spielerin 1 hat beide Melodien gefunden! Volltreffer! Es geht auch darum, das Ernste von der Musik so ein bisschen wegzunehmen. Wir stürzen uns kopfüber in unsere vierte Runde! Jedes dieser sechs Lieder ist in drei Abschnitte unterteilt. Anfang, Mitte und Ende. Und ich glaube da die große Herausforderung, diesen Schritt zu machen von nur zu musizieren, auf das Performieren. Wir wünschen uns, dass das Publikum mit einem kleinen Lächeln so aus dem Saal rausgeht. Und dass wir auch vielleicht ein bisschen Inspiration mitnehmen, um mehr zu spielen im Alltagsleben. Bis zum nächsten Mal bei Homo Ludens! Behaltet eure Spielfreude und denkt daran, das Spiel hört nie auf! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.